Alle Wesen haben sich noch in Gold, wo der Pfarrer die Stochen, wo der Rebischer hat noch nicht umgekehrt von der See soll, weil ich will sagen, es ist alt, es ist gar nicht bei uns. Und das haben wir, was der Rebischer hat sich schön geholen gewählt. Und das ist gar nicht bei uns. Und dann werden Jeden unhebend erzählen, wo sie trachten, wo die Jeden verstehen, wie sie da trachten, wenn sie gezerrt ist. Und also Hitler spricht mit einer diplomatischen Loschung und schlugt sich an den F-C-Westen bei ihm zunehmen, bei Jeden noch ein Stückchen und noch ein Stückchen, wo Dura drüben wird und mit Zeilen verschrieben werden, wenn man mit Zeilen zedek wie Jeschr, ich zedek wie Jeschr wachullo zwei wie zwei glätten mit der Glocke. Nur er rechnet, also er sagt, dass er mit P. Und nachdem ist er mit der Glocke ein paar Gutschen, mit Gabi, mit Gabi oder Blibe, aber er redet nicht mit der jüdischen Loschung. Er redet auch mit dem Loschung, was sie da ist jetzt mir wo ist, der Technik ist aber genommen von K.O.L.E. nieder. Wenn er nicht mit der Glocke ist, was sie da ist, was sie da ist, was sie da ist, was sie betracht, gar nicht, wo er will, dass er immer losen zuru, er hat genug eigene Zorys, wie sie gewöhnt, bis ich zerke, ja du, klar, mit Fursam, die Toisten, was sie haben mit Schaken gewöhnt, den Betrönen, Shalom, Israel, Kule, Adato, durch dem Hasmin, in dem Ches, im Ma, in Camp David, und vor der Zeit, was von dem, wo durchgegangen, hat man gesehen, die Zorys, was man gerend gewöhnt, durch Hasmin und Jan im Papier, hat alles aufgegeben, kein Sach mit Bakumin, Nögezä, Einzige Sach, was man hat Bakumin, ten Liam soll geben als Möder und Nöwe, und sie niederf Schata, dass es in den Ege, wer Milchomo, alle will Scholen, dem Achleikes ist es nur, zieht das in den Weg, was wir zu Milchomo, oder die Fels, was wir zu Scholen.